Jo Freunde, was läuft, was geht? GambleJule ist zurück, eine neue Folge. Sind heute wieder im Amun-Ra-Casino. Ich hab ne Balance von 3000 Euro. Heute geht's mal wieder in Doghouse Pragmatic Play. Schauen, was es hier gibt. Ihr wundert euch vielleicht, warum ich hier bin. Ich hab's sein gelassen im Five Gringos. Deswegen, heute mal wieder hier. 3000 Euro probieren. Ich geh direkt auf 20 Euro rein. Schau, ob ich ein, zwei Bilder abgreifen kann. Falls nicht, wird's denke ich, das ein oder andere Bonus-Bei-Ding noch geben. Ich hab mir heute auch mal ein Limit gesetzt zur Abwechslung wieder. Ist ein bisschen ausgeartet in der letzten Zeit. Ja, und dann schön, dass ihr wieder dabei seid. Und mir zuguckt. Ich freu mich. Und ihr euch, denke ich auch. Krass wäre, wenn wir heute mal so jetzt hier reinkommen würden. 84 Euro. Schreibt mir ja gerne mal wieder eure Abo-Witch rein. Ich hab jetzt geguckt, dass ich, äh, die aktuellen verwirkliche. Ich glaube, es ist auch ganz cool geworden. Im Gegensatz zu Dockhaus. Oder doch, doch, doch. Geh rein, geh rein, geh rein. Ja! Auf 20 Euro. Noch ein vielleicht? Ne. Auf 20 Euro geht er rein. Ha, ha, ha. Nice. Immer munter. Komm. Let's go. Geil. Mal ohne kaufen. Hütten, hütten, hütten. Nice. Guter Start. Nice. Walze 4, Walze 4, Walze 4. Komm. 500 Euro schon. Walze 4. Walze 4, Walze 5. Das wäre so insane. Wenn er das machen würde. Komm, trau mich. Please. Come on, come on, come on. Da kann noch was kommen. Jetzt kommen. Na, leider nicht. Aber trotzdem. 1000 Euro mal eben so. Auf den Swanny. Und wer einmal geht. Der geht vielleicht auch ein zweites Mal, oder? Nur auf 3, 6. Geh rein, geh rein, geh rein, geh rein, geh rein. Das wäre so ein Zellen. Ich dachte schon. Ich dachte schon, heute wird mein Glückstag. Ja, aber auf 20 Euro geht halt auch so schnell wieder runter, ne? Ihr seht's. Let's go, wir gehen rein. Bonus bei 800 Euro. Abfahrt. Doghouse. Mega Waste. Come on. Komm, jetzt geht was. Jetzt habe ich auch runtergestellt. Hütten, 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 hütten. Ja, guter Start. Normale Wild, besser als gar keiner. Na, nicht aufgeben, direkt weitermachen. Sieht schlecht aus. Wir brauchen schneller hütten. Komm. Hütten, hütten, hütten. Ach, boah. Da fahre ich jetzt 800 riskiert. Okay, ich sag nichts. Jetzt ein schönes Bild und dann ist es wieder gut. Hütten, hütten. Ah. Okay, doch. 500, miese. So brauchst du's am Anfang halt, ne? 154 sind das nur. Alter. Boah, am liebsten würde ich einfach 2000 Euro kaufen und abwarten, ne? Na, bin ich ehrlich. Aber dann kommt da nix und dann bist du ganz schnell wieder pleite. Nochmal für 800 Euro. Let's go. Wir gehen rein. Mach mal vier. Komm. Ding. 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 Schade. Ich hatte ja auch schon mal sechs. Das ist brutal. Sechs Gätter. Dann weißt du, jetzt geht's rund. Hütten, hütten. Jawoll. Guter Start. Weiter so. Komm, nicht aufgeben. Muss nicht aufgeben. Einfach weitermachen. Ja, besser als nix. Oh, schön. Blauen Hund. 195, okay. Come on. Ey, der bringt mich auch gar nicht mehr auf Break-Even oder so, ne? Das ist auch vorbei irgendwie, die Zeiten. So, dann gehen wir nochmal rein für 600 Euro. Let's go. Abfahrt. Come on. Guter Start. Aber jetzt auch weitermachen im Gegensatz zu vorhin. Gut. Heiz 4 mal 3. Der hat schon gescheppert. Ach, komm. Und hier fehlen überall welche. 158. Wieder minus 300. Ich komm so nicht voran. Ich muss echt mal wieder ruhiger spielen. Let's go. Wir gehen nochmal rein. Und Abfahrt. Okay, Hütte. Okay, noch eine Hütte. Ich zieh doch mal die Hütten durch. Zieht der mir nochmal Wild Hütten durch, oder was? Ach, doch. Ja, blauen Hund hinten. Schade. Ey, ich hab doch nicht einmal Vorfeld gemacht heute. Mann, ey. Jetzt hab ich mein Limit für heute auch wieder vergessen. Let's go, wir gehen rein. Komm jetzt. Bin ich mal wieder im Amun-Rad? Echt Bock drauf. Ja. Und jetzt mal weitermachen. Komm. Mach doch einmal jetzt Gute. Komm. Wilds. Die kannst du doch schon wieder in eine Pfeife rauchen. Und wieder minus 500 Euro. Oh, Alter. Jawohl, vier Stück. Ah, jetzt auf 5 Euro. Schaffe ich es jetzt irgendwie wieder hochzukommen? Jetzt komm. Jawohl. Guter Start bei 12 Spielen. Und jetzt mal so weitermachen. Und jetzt mal so weitermachen. Jetzt mal so weitermachen. Boah, wenn du jetzt wieder rein. auch so weitermachen. Ach so weitermachen. Okay. E Lucas. Tschöng. Marie. Moment. Digga, er schafft es nicht mal mit vier Skattern Alter, war das schlecht Das Geld wieder reinzuholen Ja, so war es das dann auch wieder letzter Bonus bei Lass ein Like da, lass ein Abo da Ich probiere es jetzt noch einmal und dann mal schauen Come on, jetzt, hütten, hütten, hütten Letzte Mal, komm Jetzt rette mich einfach Ja, jetzt rette mich einfach Ist nur in 194, okay Weiter Walze viermal Komm, einfach rein da, rein da Rein da Wir brauchen Hütten Connecte doch was Come on Ach Digga Ey, so kann es auch mal laufen, ne Ok, jetzt haben wir Was ist das? start war ja alles gut aber dann hat es so heftig nachgelassen ja so kann es auch mal laufen freunde falls ihr noch mal zocken wollt checkt die links in einem video beschreiben vergesst nicht glücksspiel kann sich niemand spielt bitte nur mit dem geld was über manchmal läuft es auch so macht euch das bewusst haut rein macht es gut bis morgen